Hallo zusammen und willkommen zurück zu Kotlin. So, heute wird es richtig schön mathematisch und zwar wollen wir uns heute Sinus selbst berechnen. So wie er eigentlich im Computer oder in Kotlin zum Beispiel oder in jeder anderen Programmiersprache auch berechnet wird. Der Sinus von einer Zahl ist eben nicht einfach nur Sinus, sondern es ist eine Reihe. Eine Reihe bedeutet, wir summieren von 0 bis unendlich über einen gewissen Teil hier. Und das ist das Faszinierende daran, dass man eigentlich das schon fast wieder vergisst. So, jetzt das ist eine große Aufgabe. Ihr werdet das hier unten implementieren, diese Summenzeichen und das werde ich euch erstmal kurz erklären müssen. Was hier steht ist im Endeffekt, wir starten bei 0, also wir setzen hier erstmal n auf 0. Okay, also im Endeffekt minus 1 hoch 0 z, wobei z der Parameter ist, also z ist quasi das, was wir als Kosinus berechnen wollen. z hoch 2 mal 0 plus 1 geteilt durch 2 mal 0 plus 1 Fakultät. Ihr wisst, 0 Fakultät ist 1, ja. Also im Endeffekt teilen wir hier durch 0 plus 1 ist auch 1 Fakultät, aber trotzdem, genau. Und anschließend rechnen wir plus, dann setzen wir n auf 1, also minus 1 hoch 1 z hoch 2 mal 1 plus 1 geteilt durch 2 mal 1 plus 1 Fakultät. Und so weiter und so fort und das machen wir bis unendlich. Natürlich kann ich nicht einfach sagen, ich rechne wirklich bis unendlich in meinem Computer, aber man geht im Normalfall her und sagt, okay, wir rechnen auf eine gewisse Genauigkeit, also auf eine gewisse Nachkommastellung, wenn sich die nicht mehr ändert, also sprich, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Zahl, ich mach das hier mal wieder weg, wenn ich jetzt als mein Sinus von 1 zum Beispiel eine Zahl habe, das wird nicht stimmen, ja. Das ist einfach nur irgendwas hingetippt. So, ja. Und mein Double kann eh nur eine gewisse Anzahl an Genauigkeit darstellen. Das heißt, wenn ich das hier habe und ich berechne dann nochmal dieses Plus, also ich berechne dann im Endeffekt Plus und dann auf n gleich 2 gesetzt. Und dann Plus n gleich 3, Plus n gleich 4. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal an, wir sind bei n gleich 100, ja. Und wenn sich dann, ups, sorry, das war mein Aufnahmeprogramm, wenn sich das Ding hier dann nicht mehr ändert, wenn sich die letzte Nachkommastelle nicht mehr ändert oder eine gewisse Nachkommastelle nicht mehr ändert, dann wollen wir das Ganze abbrechen, okay. Okay, für mich ist das jetzt erstmal nicht so relevant, also so wird es dann im Computer gemacht. Was ihr macht, ist, ihr setzt einfach n auf 1, also n von 0 bis 100, ja. Ihr lasst das ganze Ding 100 mal durchlaufen und dann ist okay. Also ihr müsst da nicht irgendwie eine variable Zahl machen. Wer aber damit rumspielen möchte, kann gerne mal n auf 10 setzen, n auf 1000 setzen und so weiter und so fort, okay. Das ist eine super Übung. Und ja, das ist jetzt eure Aufgabe. Ich weiß, das ist eine große Aufgabe, aber ich denke, ihr bekommt das hin, wenn ihr euch da ein kleines bisschen reinfuchst. Lasst euch da wirklich Zeit dafür. Guckt nicht direkt meine Lösung an, sondern gebt euch wirklich die Zeit. Also wie gesagt, nochmal ganz kurz hier, minus 1 hoch 0, also n gleich 0 setzen am Anfang. z ist der Parameter, den ihr an die Funktionen übergebt. Und achtet darauf, z ist dieses Mal auf jeden Fall ein Double und der Returnwert ist auch auf jeden Fall ein Double, okay. Und genau, also hier könnt ihr im Endeffekt machen, was ihr wollt. Allerdings werdet ihr mehr als nur eine Funktion brauchen für diesen ganzen Kram. Also zum Beispiel Fakultät, solltet ihr auch eine Funktion auslagern, weil wir das natürlich so nicht haben. Wobei ihr die Fakultätfunktion auch gerne benutzen dürft, die wir schon haben. Und auch diese Potenz hier könnt ihr gerne in eine eigene Funktion auslagern. Das würde ich euch sogar empfehlen, denn hier vorne braucht ihr das ja auch nochmal, diese Potenz, okay. Also sind es eigentlich drei Funktionen, die ihr schreiben müsst und dann sollte das Ganze für euch kein Problem mehr sein. Gut, wir hören uns bei der Lösung. Viel Erfolg. So, da sind wir wieder. Wir wollen das ganze Ding implementieren. Dazu mache ich ja erstmal meinen Browser ein bisschen kleiner, denn ich kann diese Formel auch nicht auswendig. Stellt es euch vor. Und wo schiebe ich die jetzt hin? Ich habe leider aktuell keinen zweiten Bildschirm, wobei ich mir sehnlichst einen wünsche. So, okay. Also, was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir sagen Funktion Sinus, okay. Okay. Also, große Funktion. Wuuh, Genshaut. Okay. Und jetzt sagen wir hier, okay, mein X, also wir können es X nennen, wir können es auch Z nennen. Z haben dies genannt, wobei Z für die komplexen Zahlen gilt. Also, wir können es auch X nennen. Ist eigentlich völlig egal. Ist vom Typ Double. Und raus kommt auch wieder ein Double. So. Okay. Und jetzt geben wir natürlich folgendes zurück. Wir fangen erstmal an mit unserem Var Result. Ist gleich, äh, ist auch vom Typ Double natürlich. Ist gleich, ähm, naja. Wir haben eine Summe, also 0. Und zwar 0,0. Und wir geben am Ende natürlich unser Result zurück. So, das Grundgerüst steht jetzt aktuell, ist unser Sinus einfach immer Double, äh, ist unser Sinus immer 0. Wir geben natürlich auch direkt unseren Sinus von zum Beispiel 1 aus. 1,0. Sorry. Und, ja, ist offensichtlich 0, weil wir hier noch nichts berechnet haben. Aber das Grundgerüst steht schon mal. Das ist nicht schlecht. So, was wir jetzt brauchen, ist, wir müssen hier ein, ähm, wir müssen zwei Funktionen im Endeffekt berechnen. Und zwar einmal die Potenz und einmal die Fakultät. Klar, ich weiß, es gibt Funktionen dafür in der Standardbibliothek, aber die möchte ich nicht, dass ihr sie benutzt. Also schreiben wir sie selber. Aber dazu gehen wir hier erstmal wieder rein in unsere Rekursionübung. Und zwar nehmen wir einfach das Ding hier. Das ist nämlich die Fakultät. Ihr könnt auch die rekursive Fakultät nehmen, müsst ihr aber nicht. Also wir sparen uns damit quasi ein kleines bisschen Aufwand. Wer jetzt nicht weiß, was das genau ist, ähm, äh, Fakultät New. Wer nicht weiß, was das ist, der möge sich bitte die anderen Videos angucken. Das werde ich jetzt nicht nochmal erklären, sonst wird dieses Video hier viel zu lange. Und was wir dann noch brauchen, ist die Funktion, ähm, Power. Also hoch quasi, okay. Ähm, da brauchen wir erstmal die Base. Also das, was unten steht. Also zum Beispiel 5 hoch 2. Ja, dann steht 5 unten. Das ist die Base. Das ist vom Typ Double. Und das, was oben steht, das nennen wir einfach mal Exponent, also EXP. Ähm, für Erfahrung. Nein, Spaß. Ähm, das sollte eine ganze Zahl sein im besten Fall. Denn ansonsten wird das Ganze hier sehr, sehr schwierig. Dann müssen wir nämlich auch noch mit Wurzel ziehen anfangen. Das wollen wir nicht. Und das brauchen wir für die Sinusreihe auch nicht. Ähm, das heißt, wir haben hier nur ganze Zahlen. Das ist das Tolle daran. Und ja, was wir jetzt hier machen können, ist im Endeffekt, wir können hier einfach sagen, varResult, und ja, wir können das Ding wieder Result nennen, ist ein Double. Und ist am Anfang gleich 1, im besten Falle. 1,0. Weil wir natürlich was drauf multiplizieren, ja. Dann sagen wir hier, form i in 1 bis hin zum Exponenten, also EXP, upsala, berechnen wir folgendes. Und zwar sagen wir hier einfach, result ist gleich base mal, ähm, result. So, was jetzt passiert ist im Endeffekt, achso, und da müssen wir es natürlich auch noch zurückgeben, return result. So, was jetzt passiert ist, wenn wir, ähm, wenn wir hier den Exponenten auf 0 haben, ja, dann kommt hier als result einfach 1,0 raus. Irgendwas hoch 0 ist immer 1,0. Das ist so definiert. Das ist einfach fest, ja. Ähm, achso, ähm, ja, sollte natürlich noch der Rückgabewert sein. Sorry, das habe ich vergessen. Ähm, genau. Und wenn wir dann eben hier sagen, okay, wir haben den Exponenten auf 1, dann gehen wir hier einmal in diese Schleife rein und sagen, okay, Double, äh, dieser Result hier mal unsere Basis. Das wäre dann die Basis. Also einmal Basis ist Basis, ja. Das heißt, wir geben Basis zurück. Irgendwas hoch 1 ist immer die Zahl selber. Hoch 2 wäre dann Basis mal das Result von gerade eben, also Basis mal Basis wäre dann quadriert. Und so weiter und so fort, bis wir eben hier bei unserem Exponenten sind. Wenn unser Exponent 3 ist, dann machen wir das Ganze 3 mal. Also sprich, wir haben Basis mal Basis mal Basis. Okay. Und genau so funktioniert im Endeffekt Power, ja. Okay, also Power nicht Macht, sondern eben Hoch, ja. Die Potenz eben. Okay, cool. Das heißt, wir können jetzt hier sowohl Power als auch unsere Fakultät New verwenden in unserer Übung oder in unserem wundervollen Projekt hier mit Sinus. Und jetzt können wir wieder an die Sinus-Reihe gehen und können hier tatsächlich sagen, okay, vor i in 0, wir fangen bei 0 an, das haben wir schon gelernt. Bis 100, habe ich gesagt, sollt ihr machen. Normalerweise, wie gesagt, würde man auf die Präzision gehen. Das heißt, man sagt, okay, solange sich eben eine Zahl ändert, machen wir das hier. Aber irgendwann hören wir dann einfach auf. Weil, wie gesagt, wir können im Computer nicht bis unendlich rechnen, sonst sind wir eigentlich einfach nie fertig. Okay, so, und jetzt machen wir einfach folgendes. Wir müssen natürlich unser Result gleich Result Plus. Und jetzt können wir hier zum Beispiel das Ganze noch in eine Funktion auslagern, Sinus-Step zum Beispiel. Aber wir können es auch direkt hier drin rechnen. Das geht, weil wir ja schon jetzt alles eigentlich ausgerechnet haben. So, wir sagen hier Minus 1. Und ja, das geht effizienter. Dann haben wir sagen Power Minus 1,i. Denn i ist ja unser, wobei, eigentlich könnten wir das Ding n nennen. Dann sind wir näher an der Funktion dran. Genau, Minus 1 und n. Problem ist, wir müssen hier Minus 1,0 rechnen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Also, das ist der obere Teil. Also, Minus 1 hoch n. Ich hole nochmal ganz kurz die Formel her. Hier. Minus 1 hoch n, das ist dieser Teil hier. Mal z, das ist unsere Zahl z, das ist unser x. Also, x hoch 2n plus 1. Ja, das heißt, wir sagen hier, lasst mich das wieder. Ihr habt gerade meine Inspiration gesehen. Ich habe mich mal inspirieren lassen, was es denn alles für schöne Kotlin-Funktionen gibt. Und da ist mir Sinus aufgefallen. Deswegen diese, wo ist jetzt? Deswegen auch diese schöne Berechnung hier. Genau, z hoch 2n plus 1. Also, z hoch 2n plus 1, das heißt, wir sagen hier mal Power. Was ist die Basis? Naja, x wieder, weil x ist z. Und das, was hier steht, ist 2 mal n plus 1. Das ist unser Exponent hier. Eigentlich relativ simpel, oder? Jetzt müssen wir hier eigentlich nichts mehr machen. So, jetzt setzen wir das in Klammern. Das ist ganz, ganz wichtig, denn wir wollen natürlich auch noch unseren Bruch fertig schreiben. Und unten im Bruch steht, 2n plus 1 Fakultät. Ja, was ist 2n plus 1 Fakultät? Ganz einfach, Fakultät new. Und jetzt werde ich das langsam mal hier, das ist ein bisschen lang geworden. Egal, ihr solltet das definitiv noch sehen können. So, Fakultät new von 2 mal n plus 1. So, fertig. Weil die Fakultät wird hier berechnet. Die Potenz wird berechnet. Jetzt haben wir eigentlich schon alles. Und jetzt können wir das ganze Ding mal laufen lassen. Und wir sehen, okay, ist keine ganze Zahl, ist überhaupt keine Zahl. Was daran liegt, dass wir hier die Fakultät einfach nur übernommen haben und nicht richtig die Fakultät hier als Double definiert haben. Das heißt, wir brauchen hier eigentlich nicht Fakultät new, sondern Fakultät Double. Das heißt, wir müssen hier ein Double rausbekommen. Wir können natürlich auch einfach die Zahl hier unten konvertieren, aber das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir schon gemacht haben. Deswegen gehen wir hier einen anderen Weg. Wir sagen, diese Fakultät new, die produziert uns als Ergebnis einen Double. Rein bekommt es immer noch ein Integer, das muss so sein, sonst können wir hier nicht das Ganze als Reihe verwenden. Aber eben unser Result wird einfach als Double verwendet. Also 1,0 mal den Integer, den wir hier haben. Dann kommt auch wieder ein Double raus. Das ist ein Double, das ist ein Double, das ist ein Double. Und dann kommt hier unten bei Fakultät new auch ein Double raus. Und wenn wir das jetzt ausrechnen, dann ist das 0,841. Wenn ich da mal Google danach frage, dann ist das hier 0,841709848. 0,841709848. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Wir sind genauso genau wie Google, wenn wir das hier 100 Mal durchlaufen lassen. Also ich würde sagen, die Aufgabe ist definitiv bestanden. Wir können jetzt hier tatsächlich auch mal bis 1000 gehen. Mal gucken, ob sich noch was ändert. Und wir sehen, nein, es hat sich eigentlich nicht wirklich was geändert. Also wir gucken mal hier hinten nach den letzten Zahlen. 7, 8, 9, 6, 5. 7, 8, 9, 6, 5. Also 100 Mal ist definitiv genug. Da ändert sich im kompletten Double nichts mehr. Wenn wir es allerdings nur 10 Mal machen, dann könnte sich hier noch was ändern. Okay, immer noch nicht. Also 10 Mal reicht schon, damit wir hier die volle Genauigkeit bekommen. Und das ist wirklich super gut. Also da ändert sich nicht so schnell was. Ich würde sagen, das war ein voller Erfolg. Und ja, ich hoffe, es hat euch soweit Spaß gemacht. Achtet darauf, genau richtig. Achtet darauf, dass wir hier natürlich nicht in beiden Maßen. Also es gibt Bogenmaß und es gibt Gradmaß. Wir haben jetzt hier nur eins von beiden drin. Also wir haben jetzt hier nur im Bogenmaß gerade gerechnet. Das heißt, wir haben hier mit Pi quasi gearbeitet. Bei uns hat jetzt gerade ein Greis 2 Pi und nicht 360 Grad. Das ist wichtig hier für diese Übung auch. Und so berechnet sich im Normalfall der Sinus auch. Also das ist der eigentliche Sinus. Das Gradmaß ist nur eine Vereinfachung davon. Okay, ja, ich hoffe, euch hat die Übung gefallen. Lasst mich das gerne wissen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.